Die 72-Stunden-Aktion ist eine super Sache, da setzen sich die Jugendlichen für andere ein und können mal zeigen, was sie wirklich drauf haben und es stärkt auch die Gemeinschaft als Gruppe. Ich bin Jasmin und mache bei der 72-Stunden-Aktion mit, einfach weil es die Gemeinschaft meiner Gruppenkinder stärkt und weil es einfach Spaß bringen soll und was Sinnvolles für den Kindergarten sein soll, den wir umbauen werden. Jeder noch so kleine Schritt ist wie ein großer Sieg. Was du tust ist wertvoll und was du teilst, bringt auf diese Welt den Himmel. Wo du hilfst und Gutes tust, liegt der Himmel in deiner Hand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.